Hey ihr Lieben, Willkommen zum neuen kleinen Schnapstest Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Eric ist auch wieder mit dabei und heute haben wir ein paar wunderschöne Dinge. Einmal Bärenblut, dann jetzt habe ich den Namen vergessen, CT30 und der eklige. Da finde ich die Beschreibung am besten, die wird der Leser nachher vorlesen. Das mache ich. Wir fangen mit dem einfachsten an, denke ich. Für den Bärenblut ist Honiglikör mit Rotwein. Das klingt gut. Das klingt aus Maxdorf. Wo liegt das? In der Nähe irgendwo? In Deutschland. Das ist schon mal gut. Also regional. Weitgreifend regional. Durchstrahl. Hat aber 56 Prozent. Ist aber nur ein Likör mit Rotwein. Na dann. So Leute, auf euch. Zum Wohl. Prost. Oh, der Honignot ist da. Hat er irgendwas Rosinliches? Na durch eine Rotwein, ja. Hat da sowas von Rosine. Der Honig ist sehr gut, aber durch den hohen Alkoholgehalt ist er doch recht stoffig. Ja, zieht mir recht in die Nase. Aber ist lecker. Ist lecker. Okay. Halten wir das mal so fest. So als nächstes testen wir die Heidequelle. Sie hat null Umdrehungen. Prost. Schmeckt sehr wässrig. Geschmack ist doch recht neutral. Leicht spritzig. So, was gibt's jetzt? 10T30 gibt's jetzt. Ich fand die Flasche so geil. Äh, die Flasche. Ja, den Kanister so geil. Auch hier schön mit Anzeige, wie viel drin ist. Aber nicht verwechseln. Nicht, dass er noch das ins Auto schnitt. Oh, stimmt das, glaube ich. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Ja, okay. Ja, wer trinkt schon beim Autofahren? Hämter vorher oder danach. Hier steht. Nicht in den Motor schütten. Okay. Ja, das kann man ja auch als Motor bezeichnen, oder? Okay, es ist doch genau so auszugießen. Sehr gut. Puh. Ja, hat Ähnlichkeiten farblich. Farblich ist es, äh... 30 Prozent. Nah an einem Motoröl. So. Oh, das riecht aber gut. Symbol. Auf euch. Ja, das weihnachtliche. Nach Gewürzen. Das ist sowieso nussig Toffee-Kamamellzeug ist das. Aber ich finde, um das so ein richtig lecker Toffee-Likör zu sein, dafür ist es zu spritig. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was kostet das? Vielleicht ist es gut zum Backen. Ich glaube, dafür ist es zu teuer. Okay. Ja, also optisch ist es schön, geschmacklich ist ein Motorfin, aber geschmacklich kannst es nicht mithalten, ne. So, das alles... Oh, der ist ganz kräftig. Also selbst Wasser ist eben zu stark. Ja, also ich bin da etwas weicher. Ich würde sagen, jetzt kommt das Highlighter-Veranstaltung. Ja, erstmal, ich habe das alles auf Terrible... Nee, mir fällt die Seite nicht ein. Ihr werdet schon finden. Ich habe das von einer Seite, die ich unten verlinke. Könnt ihr gerne mal drauf gucken gehen. Und es ist keine Kooperation, noch nicht. Noch nicht. Ich verlinke sie auf Instagram. Schreibt mich an. Vielleicht wird es was. So, jetzt kommt das Beste. Der Eklige. Und der Eric wollte unbedingt das, was hier hinten drauf steht, vorlesen. Na dann würde ich sagen, ich kann mal vorlesen. Zum Glück wirkt der andere Alkohol noch nicht. Ich kann halbwegs noch gut lesen. Denke ich. Eine einzigartige Zusammenstellung der billigsten und ranzigsten Zutaten, die wir in unserem Keller auftreiben konnten. Der frisch abgestandene Geschmack wird ja auch noch die kommenden Tage vermiesen. Das ist unser Versprechen. Wir hier beim Ekligen haben null Ahnung vom Schnapsbrennen und wollen nur an dein Geld rankommen, ohne jemanden hauen zu müssen. Prost. Dann sind wir mal gespannt. So schlimm ist es nicht, kommt auch nicht rein in die Flasche. Riech nach Waldmeister. Nach Waldmeister? Okay. Na Waldmeister ist das jetzt schon mal nicht so eklig. Auch schön voll das Glas, kommt. Es lohnt sich lohnt. Wenn du magst. Ja, das ist besser. Also wenn, dann wollen wir den Geschmack auch nicht ne Woche im Mund haben. Klauen wir mal. So, das letzte Mal. Hm, das ist Waldmeister, das riechen tut's gut. Wo ist denn der eklig? Also so eklig ist es doch jetzt nicht. Ich finde das immer der Beste heute. Ja. Ich finde das immer der Beste. Also, das ist wohl ein bisschen süß. Ja, wohl kann sein. Ein bisschen viel Zucker. Also das ist wie so dieser Wackelpudding, der grüne, wenn du fertig kaufen kannst. Aber merkst du das hinten oben? Das ist vielleicht wie frisch auf der Zunge, wie so ein bisschen kalt. Ja. Vielleicht haben sie noch irgendwelchen Winzen mit reingebraut oder so. Ach so. Ich muss sagen, der ist lecker. Der eklige schmeckt. Der eklige ist gar nicht so eklig. So, wenn ihr mehr solche lustigen, leckeren, geschmackvollen Testvideos sehen wollt, abonniert den Kanal. Schreibt in die Kommentare, was wir probieren sollen. Vielleicht findet ihr jemanden überhaupt so was ekliges mal. Ja. Und jetzt holt den Quotenhund noch an. Da muss man drinnen sein. So, Luki, sag Hallo. Da ist die Kamera. Da. Hat keiner Leckerli in der Hand. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.